Musik Fotogäste Pio und Jan ist heute bei einem Bundesligaspiel, deswegen ist er nicht in der Lage ein Video hochzuladen, was ich sehr merkwürdig finde, aber das ist natürlich ihm überlassen. Er sagt, es gibt ja keine Zeit mehr, deswegen werde ich jetzt ganz kurz etwas zeigen, damit ihr irgendwas sehen könnt. Und zwar einfach ein paar Zeichen, die ihr euch aus der Videobeschreibung kopieren könnt, wie zum Beispiel könnt ihr hier ja machen. Und irgendwie, wie bei uns über der Videobeschreibung meistens, da seht ihr ja immer das hier steht, dieses Zeichen hier, wo ist es? Es ist weg, das da genau. Diese Zeichen, drei dafür, dann Beschreibung, Lesen, Ausgabezeichen, Ausgabezeichen, Ausgabezeichen und dann diese anderen in der anderen Richtung. Oder ihr könnt hier mit Liken Schilder machen oder sonst was. Also das sind alle Pfeile und die stehen eigentlich alle Zeichen und die stehen alle in der Videobeschreibung. Habt da Smileys und alles ist dabei, wirklich, da könnt ihr jetzt wirklich mitmachen. Also hier sogar Wasserzeichen, Sonnstigezeichen und so weiter. Hier Gefahr, Essen, Flugzeug, Männlich, Mars, Weiblich, Venus, USW, USW, USW. Ähm, das sind irgendwelche anderen komischen Sachen. Hier ganz viele kleine Buchstaben und Zahlen auch noch. Hier, die kann man nicht lesen, keine Ahnung, die kann ich schon mal wegmachen. Ähm. Ja, das war's dann auf jeden Fall. Tschau, bis zum nächsten Mal, Leute. 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 Bis zum nächsten Mal.